SEMA Systemtechnik mit Sitz in Hüllhaus bei Bad Oeynhausen stellt seit mehr als 35 Jahren Maschinen und Anlagen für die Halbzeug- und Verpackungsindustrie her. Schwerpunkte sind dabei Maschinen zum Verpacken, Transportieren, Palettieren, Aufrichten und Konfektionieren, insbesondere von primär verpackten Möckereiprodukten. Das mittelständische Unternehmen mit seinen rund 100 Mitarbeitern bietet ein umfassendes Leistungsportfolio von der Konstruktion über die Fertigung bis zur Inbetriebnahme und Linienintegration. Normen der Maschinensicherheit beschreiben den aktuellen Stand der Technik, sodass gefahrbringende Bewegungen an der Maschine sicher überwacht oder stillgesetzt werden müssen. Sie möchten Ihre Mitarbeiter schützen, aber dabei die Produktion nicht behindern? Für die Überwachung der Materialzufuhr an Kartonaufrichtern können Kartonagenzuschnitte als beweglich trennende Schutzeinrichtungen eingesetzt werden. Dabei wollen Sie die Kartonagenzufuhr Ihrer Verpackungsmaschine möglichst so gestalten, dass zum Beispiel Formatwechsel einfach und flexibel durchgeführt werden können. Bei den Kartonaufrichtern der SEMA Systemtechnik sorgt eine durch den TÜV Süd zertifizierte Lösung für Performance Level D nach EN ISO 13849-1 bzw. SIL 2 nach der IEC 62061. Zum Einsatz kommen dabei die konfigurierbare, sichere Kleinsteuerung, Plotz Multi 2 und zwei optisch speziell dafür entwickelte Sensoren, die oberhalb der Zufuhröffnung installiert sind und die Pappen abtasten. Melden diese zu wenig Kartonagenzuschnitte in der Zufuhr, löst Plotz Multi 2 einen unmittelbaren Stopp der gefahrbringenden Bewegung aus. Ist der Vorrat an Kartonagen wieder aufgefüllt, kann die Maschine nach dem Kriterium neu gestartet werden. Starre Schutzeinrichtungen sind nicht erforderlich, was dem Bedienpersonal eine flexible Beschickung von beiden Seiten ermöglicht. Darüber hinaus sind die Sicherheitsschalter-Psenco Teil der Lösung. Da manche Zuschnitte kleiner als die Öffnungen des Kartonaufrichters sind, verschließt eine konturgenaue gefertigte Plexiglascheibe den nicht abgedeckten Bereich. Dieser wird vom manipulationssicheren, codierten Sicherheitsschalter PsenCS abgefragt. Eine Gesamtlösung, die die Prozesseffizienz erhöht und die Stillstandszeit des Kartonaufrichters erheblich reduziert. Das TÜV-SÜD-Zertifikat spart Kosten und Zeit und ist sicher für Performance Level D bzw. SIL-2-Anwendungen. Dadurch minimieren Sie das Unfallrisiko für Ihr Personal. Mit der sicheren Steuerungstechnik von PILS können Sie auch alle anderen Sicherheitsfunktionen mit abdecken. Zum Beispiel den Nothalt, die Türüberwachung und sonstige Überwachungsfunktionen von Sicherheitseinrichtungen. Trennende Schutzeinrichtungen wie Sicherheitszäune oder Schutztüren können entfallen. Auch bestehende Anwendungen können einfach nachgerüstet werden und die Überwachung von PAP-Magazinen ist nur mit einem Basisgelett möglich. Die Sensoren haben dabei eine hohe Zuverlässigkeit bei der Detektion von unterschiedlichen Verpackungsmaterialien und erhöhen dadurch die Verfügbarkeit der Anlage. In unseren Kartonaufrichtern kommt ausschließlich die konfigurierbare Kleinstauung P-Nutz Multi 2 zum Einsatz. Sie muss dort in der Regel mindestens 10 oder mehr Ein- und Ausgänge überwachen. In Verbindung mit der Zufuhrabsicherung bietet P-Nutz Multi 2 ausreichend Flexibilität für Anpassung und einen echten Mehrwert für unsere Kunden.